Leute, 10x85er Pack wird hoffentlich sehr, sehr nice. Wir schauen mal, Leute. Lasst mir mal gern Like, da Abo, Glock aktiv und TG einschalten. Schreibt rein, was in eurem 10x85er Pack war. Öffnen die Format zum Warmwerden. Dieses dreimal sachtige Non-Ref-Spieler-Pack. Checkt noch einen Shop aus, ne? Nice Designs, schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Tonbeutel, vieles mehr, wie immer. Unterstützt ihr mich mit dem Kauf. Ich würde mich sehr freuen. Und ihr habt doppeltes Pack-Lack am Start. Wenn ihr die Nice Designs anhabt, also gönnt euch. Wenn ihr Lust habt. Ich danke euch. Schauen wir nochmal. Also, 10x85 plus. Team of the Season ist eigentlich sicher. Ich hoffe nur, dass Oman wirklich heftiger Tots wird. Oh, Bruder. 95er Di Maria Team of the Season ist. Dachte ich, will ich mich nicht beschweren, nehmen wir mit. 95er Tots kann man machen, Digga. Kann man machen. Nimmt man gerne mit. Aber es hätte natürlich auch mal schön Messi werden können, Alter. Schade. Aber geil. 95er Di Maria. Wenn es so ein 95er Tots wird, bin ich zufrieden, Alter. Manchmal ist auch ein 90er oder sowas drin. Das ist natürlich katastrophal. Aber so ist in Ordnung. Oh, Oman auch noch. Saftiges Pack und noch ein Inform, was auch sehr saftig ist. Wir hatten 4, 6, 7, 8 von 10 Walkouts. Das ist sehr, sehr stabil, würde ich sagen. Das kann man machen. Damit bin ich zufrieden. So, Leute, wir machen das 20x84 Plus Pack. Es wird interessant, Leute. Checkt den Shop aus, ne? Nice Designs, Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Tonbeutel, vieles mehr. Ihr unterstützt mich. Schwarz-Weiß natürlich auch am Start, ne? Gerne abchecken, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Danke für euren Support. Ihr unterstützt mich. Und, ihr wisst es, doppeltes Packlack habt ihr am Start, wenn ihr die Nice Designs anhabt. Also gönnt euch. Schreibt mir mal rein, was in eurem 84er Pack war. Ab in die Kommentare. Lasst ein Like, da lasst ein Abo oder Glock aktivieren. Tiki einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein, Leute. Ich will es doch mal auf. Wir gucken mal. Ab geht die Post. Boah, Digga, immer diese What-If-Karten, Alter. Ah, Bruder. Ah, Oedegaard. Ah, Brudi. Ah, 90er Oedegaard. Ah, Bruder, das ist ehrlich gesagt aus dem 20x84 Plus Pack gar nicht gut, ey. Aber wirklich gar nicht gut. Aber so gar nicht, gar nicht gut. Aber gut. Kannst du nichts dran ändern. Wir schauen mal, was noch dahinter ist. Das ist echt schwach für so ein Pack eigentlich, ne? Sack, kann auch. Okay, eben von Kim Pempe wenigstens. Cool wenig Walkouts, Bruder. Was ist hier los? 2, 4, 6, 7, 8, 9, er geht. Neun Walkouts. Boah, ey, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses 25x83 Plus Pack. Ich schwöre es euch. Ich glaube, es wäre besser gewesen in manchen Fällen. Aber in Forms nice für SBC können wir den Neubauern. Was hinten noch? Danke dafür. Nichts Besonderes. Aber gut, ja, kann es nichts machen. Oh, wegen nur leer haben wir noch. Läuft. Haben wir hier doppelt. Danke dafür. Leute, wir haben ein neues Pack. Icon. Swap Pack. 25x81 Plus. Das ist immer die Frage, ne? Mal gucken, Leute. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo da. Abonnieren. Glocke für den Tee hier einschalten. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Checkt den Nice Shop aus. Gönnt euch die Nice Designs. In Orange, Blau, Rot, Grün, Kisten, Tasten, Turmbeutel. Gratis Autogrammkarte. Vieles mehr. Ihr unterstützt mich mit dem Kauf. Ihr wisst es. Und ihr habt doppeltes Packlack. Doppeltes Packlack instant. Am Start, wenn ihr die Nice Sachen anhabt. Let's go. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Let's go. Sieht ja nicht gut aus. Come on. Deutsche Land. ZM. Tony Kroos. 88er Rated. Tony Kroos. Ja, gut. Ja, gut. Da habe ich mir schon ehrlich gesagt ein bisschen ganz wenig. Aber nur ganz, ganz wenig. Besseres vorgestellt. Aber gut. Es war halt nur dieses 81er Plus Pack. Will gucken mal, was noch drin ist. 25 Stück. Mal gucken, wie viele Walkouts. What? Digga. Zwei Walkouts. Digga. Groß und Piqué. Come on. Dein Ernst. Alter. Was ist das denn? Alter. Das ist... Ja gut. Das war ein absolut lostes Pack. Vielleicht haben wir noch einen doppelten Walkout. Ja, komm. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Ohne Scheiß. Zwei Walkouts nur? So, ab geht's zum 85er Pack, Leute. Zack. PlayStation-Controller brauchen wir nicht. Denn wir starten hier auf dem PC-Account rein. Let's go. Bitte irgendwas Gutes. Come on. Mann, Alter. Scheiß die Wand an. Das kann doch nicht wahr sein. Holland. ZM. Wer ist das denn? Barcelona. Ohne. De Jong Inform. Oh. Bruder. Der hat 86. Bruder. Nicht De Jong Inform, Alter. Das ist so schwach, Alter. Das ist so schwach, De Jong. Das ist so schwach. Ja. Wir gucken, was noch dahinter ist. Können vielleicht noch ein paar Walkouts hinter sein. Und... Oh, komm, Alter. Was ist das für ein Pack, Alter? Hummels. Zwei Walkouts drin. 3,85er. Riccardo Pereira mal wieder. Was ist das denn, ey? Leute, bevor wir zum 85er-Pack kommen. Erstmal wieder vom Pack zum Locker-Lessing reinkommen. Leute, lasst mir mal gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Abonnieren. Glocker aktivieren. Tegel einschalten. Ich hoffe, es erzähle ich dabei. Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Aus FIFA 21. Also, was euer bester... ...Spieler war. Ich hoffe nicht, ihn jetzt da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, Leute. Und gönnt euch, ne? Gönnt euch die Nice-Designs. Heiz in Orange, Rot, Blau, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis. All Ramka, die gibt es auch noch dazu. Also, unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Ich würde mich sehr freuen. Und ihr wisst, ihr habt ein doppeltes Packlack mit einem Nice-Boodie. Das zeige ich euch mal ganz kurz. So sieht sie mich aus. Dann zieht ihr mich ganz locker. Lässt ich mal wieder 2,85er aus diesem Pack hier. Jawohl. Come on. Das heißt noch lange gar nichts. Schweden. Rechter Verteidiger. Dieser Tinnerholen. Immerhin 88. Das geht. Da bin ich mit zufrieden, muss ich sagen. Das war jetzt kein heftiger Team of the Season oder so. Aber vom Rating her ist das stabil. Und es könnte eventuell noch der ein oder andere High-Rated-Spieler dahinter sein. Von daher geht er auf jeden Fall auch schlechter. Also, die Pack habe ich auf jeden Fall schon viel, viel schlechter gesehen. Von daher muss ich sagen, nehmen wir, Leute. Nehmen wir. Bin ich mit zufrieden. Ich hoffe. Aber ich hoffe nur alles. Kein 85er war das ein richtig gutes Pack. Ja, waren die. Digger ohne Scheiß, ne? 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler mindestens 85er Rating hat. Das könnt ihr auch mal dazu schreiben. Das ist doch ein Witz. Digger weiter. Was will man mehr Nationalspieler? Oli. Nationalspieler? Was will man bitte mehr? Komm, ey. Bitte gönn wenigstens mal irgendwie 480er. Ne, bin 85er. So, weil komm. Ich will einfach nur besser als das 2x85er Pack hier irgendwas haben. Komm. Uh, Digger. Uh, Digger. Uh, Digger. Uh, Digger. Uh, Digger. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Espinosa, Aguero, Alaba und Alex Thees. Bruder, das ist fresh. Das ist sehr, sehr fresh, muss ich sagen. Das ist sehr, 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 sehr fresh, Mann. Espinosa hat ein 89er, Digga. So, wenn wir jetzt den mitnehmen. Das Ding ist manchmal Roman ja auch ein Totzkarten, ne? Für die SBCs. Aguero wäre auch zwar nice. Alaba wäre auch gut. Ich bräuchte noch ein paar Erstbesitzerspieler. Ähm. Eigentlich müsste das Ding ist, ich brauche ehrlich gesagt eigentlich sogar Alaba. Alter, shit. Ich brauche einfach Alaba eigentlich. Aber die beiden haben 89er. Aber ich brauche erstbesitzender Bundesligaspieler für meine Icon Swaps. Deswegen muss ich eigentlich Alaba mitnehmen. Die anderen beiden bringen mir jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Haben zwar ein High Rating, aber ich brauche Alaba. Digger, das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Wir brauchen einen Bundesligaspieler. Ja, gut. Leute. Ich würde sagen, können Sie sonst nichts? Ich weiß es nicht, Alter. Wen soll ich mitnehmen, ey? Leute, eigentlich müssen wir doch 89er mitnehmen, Alter. Das ist bitter, ey. Das ist halt schon krankhoes Rating, 89. Brudi, ich weiß es nicht, ey. Aber Alaba, ich brauche die eigentlich, Alter. Ich brauche erstbesitzer Bundesligaspieler. Aber Alaba können wir auch so nochmal ziehen eigentlich, ne? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das nochmal überlegen. Wir sehen uns einfach bei der nächsten Page.